Hallöchen, Popöchen meine Damen und Herren, hier spricht Fleischhammer, Fleischhammer ruf Minjas, Minjas wo bist du? Fleischhammer komm, Minjas hier, bin am Skateport, flieg auf sie zu. Ah Minjas, ich seh dich, ich seh dich, wir haben es geschafft, da ist er, schön. Oh, ein bisschen falsch rum, deine Welt ist falsch rum. Da, genau. Kriegst du dich? Achso, ja. Ich krieg schon wieder die Panik hier. Muss man, muss man einen Tee halten, oder, wenn man hier baut. Äh, geht eigentlich, die gehen nicht weg, dass es gut aussieht, also ich halte drückt. Oh doch, die kriegen nicht. Ich würde sagen, wir bohren uns in den Felsen rein, oder? Gute Idee. Und, ähm, kriegt hier noch was, noch was weg? Sollte das nicht, äh... Hast du schon ein Loch vorgebohrt eben? Ja, das war das, ja. Achso, okay. Dann nochmal hier einfach geradeaus. Ich bewege mich auch nicht, damit ich sicher gehen kann. Ich glaub, das ist besser du, oder einer von uns beiden. Okay, ich boh vor. Ja. Du sammelst einen, und ich boh vor. Ja, genau. Das ist besser. Du bist zu tief. Nun. So. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt Crushed Stone rauskriegen. So, warte mal. Ich, ähm, geh mal runter. Crushed Astronaut. Äh, kurz, erst Crushed Astronaut. Jetzt baue ich ab, und du sammelst oben ein, was aus dem Loch rauskommt. So, machen wir es. Die Drohnen sind echt zu leicht. Spinn. Äh. Die hast du einfach so beschossen mit dem, mit der Waffe, ja? Du hast ja... Ja, mit was anderen angespuckt hab ich sie nicht. Ja, gut, bei dir weiß man ja immer nicht. Ah ja. Ich hab's erst probiert mit Reden, aber die haben nicht gehört. Ne. Diplomatische Lösung war nicht. Ne. So. Was ist das nochmal hier? Was sollen wir überhaupt noch bauen? Sa... 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 Reumang oder die 400 vielleicht und den... Da sind wir damit durch, will ich sagen... Datline war als Tлять nicht abbauen. Mikeo... Oder machst du? Also, hast du jetzt eingesammelt? Tja. Sieht so aus, wie hast du jetzt? 95. Mit 310 können wir mal ab. Kannst du kurz noch mal die Research Station angucken? Wir können da noch mal vorbeifliegen, ja. Auch mit dem Risiko des Versterben, aber scheiß drauf. Wir haben ja unten alles doppelt und treffend. Sag mal, noch mal kurz eine Frage. Wie oft sind wir jetzt gestorben bis jetzt? Ich schreit jetzt nicht, aber... Ich bin mir nicht sicher, es gibt ja keinen Counter, ne? Das war nicht oft, ne? Ich glaube auf dem Planeten ein paar Mal... Ne, das war eine... Vergangenen Staffel, ne? Ja. Komm her jetzt. Warte. Wir haben noch den Shit ein, der hier rumfliegt. Haben wir noch was vergessen? Nicht. Da. So. Wo bist denn du? Ach, du reparierst. Ich bin am Raumschiff, ja. Research Station, die ist gerade mal einen Kilometer... Uuuuh. Uuuuh. Krab mal einen Kilometer entfernt. Ja. Ein Chor dabei? Wir hätten ein Chor mitnehmen sollen, ne? Wollen wir das machen? Könnt ihr ihn bauen hier, oder nicht? Wir können, ähm... Was hier? Kannst du einen Chor bauen? In dem Ding hier, oder? Haben wir die Materialien dafür? Wir haben aber überhaupt nichts. Ja, ja. Haben wir nicht. Wir könnten ja die Station soweit lahmlegen, indem wir den Chor ausbauen, oder? Wie ist das Ding noch weiter? Wie ist das Ding noch weiter? Schwer zu sagen. Hm. Aber die kann ja von hier, ähm, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal geübt auf dem... Auf dem Landwege. Auf dem Landwege. Ja gut, dann flieg du hin und ich flieg so. Ja. Ne, ich steig kurz davor aus. 16 Prozent, okay. Ja, 34 Minuten, ist gut. Okay, ist okay. Lieg mal so auf, was weiß ich, 400, 500 Meter ran. Hm. Hätte ich gesagt, ich steig dann aus. Wo ist er denn? Kann er jetzt hier nicht sein, hier? Ja. Ach, ja. Warte, wenn das Ding auf uns schießt, ne, dann... Stell mich mal lieber gleich so hin. Naja, dass du flüchten kannst. Genau, so ist gut. Nur da oben sind sie, ich sehe ich schon. Okay, komm, rotze weg, oder? Bremst mal ab, bremst mal ab. Liegst weiter, nehme ich drauf zu. Die schießen, die schießen, die schießen. Oh Gott. Okay, ja. Okay, jetzt unten die. Oh, da schießt immer noch eine. Oh, fuck. Dann probieren wir den... Abstand hier. Bei mich, ich unterstütze dich. Warte mal, warte mal. Oder schießen die jetzt auf dich? Nee, ich bin nicht, ich bin noch im Raumschiff. Jetzt, gut. So bleiben, so bleiben. Saugeil. Saugeil. Da schon mich vibriere grad. Da oben war der Radar, hast du noch irgendwen gesehen? Ja, hier steht einer, da ist er. Na ja, schade. Ich habe übrigens bei dir in der Folge den Ton von dir, wenn du schießt. Ja. Das klingt grad... Das klingt noch härter. Ja. Das klingt wie so eine Haubitze oder so, die grad losgeht. Ja. Okay. Ich habe Angst. Kann ich verstehen. Oh, oh. Warte, unten? Ja. 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 Zwei. Aber sonst nischt weiter, ne? Die werden ja jetzt hier nicht durchballern, oder? Wahrscheinlich doch. Okay, lande da einfach auf dem Glas, oder? Stopp. Nicht so schnell. Genau. Nee, wir lassen ihn hier stehen. Ah, ich höre. Hast du es gehört? Ja, ich habe es gehört. Ich bin ausgestiegen. Okay, bin auch drin. Ähm, Moment. Ich muss nochmal... Screenshot-Action. Legts ein bisschen schon wieder. Das ist ja die Legts-Station. Die Legts-Station? Ja, ja. Okay. Ah, ne. Hat sich gefangen. Okay. Ich nehme die Waffe in die Hand. Nachladen haben wir. Wo bist du jetzt? Schon um und rein? Nee, ich bin... Ich suche hier... Wo bist du? Hier. Hier bin Nick. Ja. Okay. Lass uns mal hier... ...nen Weg finden. Mach mal... Engel mal aus. Pfff. Okay, warte langsam. Ist dir nix? Ist dir nix? Lad kurz nach. Ja. Okay. Pass auf. Ich mach mal Guckuck, ja? Guck mal. Moment. So geil. Oh. Da ist eins. Warte. Schöning. Wie geil. Du wüsstest du mich? Ich krieg dich nicht. Ich krieg dich nicht. Sehr gut. Das sieht so gut aus. Hier. Kopf über. Also ich würd sagen... Ich hör noch eins. Oh. Ich komm mal drin. Irgendwo. Gut. Wir sind nicht ganz wer los, ne? Wo war denn der Core? Der war doch hier in dem Seitenarm. Hier, ich seh'n Core. Ich hab'n Core. Warte, 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 warte. Wir müssen nicht viel kaputt machen. Der war direkt hier, ne? Warte, ich hab'n hier. Kann man hier nicht irgendwie mit... Wie war denn das? Ey, wir sind so ideal. Ich hab's raus. Alles klar. Station ist aus. Genau. Wir haben hier kunst... Ihr könnt beschossen. Hier. Komm raus da. Komm raus. Komm raus. Schwer, 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 schwer. Oh, ich werd auch beschossen. Okay, ich seh's. Ich hab'n Spot hier. Kann man spot. Da muss man nachladen. Warte, es leckt. Ja, bei dir auch? Ja. Okay. Ich seh'n noch ein Geschütz. Warte. Warum schießen die weiter, die Kacke? Ich hab'n noch Restenergie. Vielleicht gibt's doch nur noch'n Chor. Schön. Den anderen krieg' hier auch. Hast du Energie? Brauchst du Medipack? Äh, nee. Brauch ich nicht. Ist hier Gravitisation? Äh, einfach den Dings ausmachen. Nee. Ist aber nicht an, oder? Machen, äh... Doch. Kann laufen. Okay, pass auf. Ähm, Constructor hier. Hier haben wir doch bestimmt auch irgendwo Material drin, oder? Ja? Hier in den Containern. Constructor, Core bauen. Alles leer. Welchen Constructor? Den hier vorne, ja. Okay. Checky? Ja? Den hier vorne? Der im Raum steht? Ja, mal. Hast du, hast du alle Dings leer gemacht hier? Ja, von den Containern da, ja. Können wir jetzt'n Core schon machen? Ich hab'n bisschen Material in der Tasche, kann bestimmt jetzt mal. Ist das denn Advanced? Hier, hier zu mir. Der hier zu mir. Der hier. Genau. Ich bau mal die anderen ab, damit's keine Verwirrung gibt. Mach das mal. Ein normaler Constructor. Okay, reingucken. Okay. Weil, wenn ich die Konstruktoren abbaue, dann können wir ja bestimmt einen Core bauen, was das Material fehlt. Nee, ich hab'n. Ich baue jetzt einen Core. Aber wir brauchen Strom. Okay. Strom brauchen. Habe ich dabei. Dann müssen wir das Ding nochmal mit Strom füllen hier. Sonst läuft die Hütte ja nicht. Dann setzen wir aber hier einen hin. Geht ja nicht. Geht ja nicht an, das Ding. Ich dachte, das ist Restenergie. Ich hab' doch Strom dabei. Wir können dann... Ach, der geht nicht an. Okay. Können wir in unserem nicht einen konstruieren? Ja. Könnte man zu... War das? Ich, ich. Dann lass uns zu dem Raumschiff hochgehen, oder? Was hast du weggemacht im Nachbarraum? Ich mach' hier nur... Ja, ich mach' hier nur noch ein bisschen leer, die Geschichte. Geh' weg. Alles gut. War, ähm... Abgezählt. Das musste sein. Ich brauch' das. Mal sparen. Ein bisschen was. Da kommt eine Drohne übrigens. Hier kommt eine Drohne. Hier eine Drohne, ja. Ähm... Können wir in unserem... Warte mal. Ich geh' mal hoch versuchen, Dings zu konstruieren. Ich hab' mir das Material mal mit aus dem Constructor. Was brauchen wir denn um... Dingsbehälter? Äh... Basis ist das, gell? Gilt das als Basis hier? Nein. Oder als großes Raumschiff? Es gilt als, äh... Also, es geht's egal. Die gehören sowas zusammen. Das ist egal, aber du brauchst ja nur den... den... den Core. Nee, ich brauch' da Energie... Energietank will ich doch herstellen. Viermal Elektronik, Metallkommenden... So, die sind Energietank... Tank. Was? Hier direkt nebenan. Achso. Energietanks. Okay. Wo? Kommst, glaub ich, auf mich zu. Ja. Ja. Genau. Okay, warte. Ähm... Wenn ich jetzt hier Gas draufgehe... Warte mal. Ich geb' mal nur... Du brauchst schon... Muss schon ein paar drauflegen, ja. Warte mal. Mach' mal an. Ach ne, es geht nicht. Solange kein Core drin ist, können wir nix herstellen. Ja, doch. Nein. Mach an. Das Ding läuft doch alles hier. Jetzt dran, mach. So. Hast du an? Ja. Ich hab drin, meine ich. Ja, ist an. Kannst du? Da-da-da. Konstrukte da. Ja, dann brauchen wir doch keine Basis großartig zu bauen. Dann haben wir die, die bauen wir um nach unseren Bedürfnissen. Mit entsprechender massiver Verteidigung. Nicht so ein Luschen-Ding, was die aus der Hütte hier gebaut haben. Luschen-Ding. Ne, geht nicht, du. Geht nicht? Nimm die Sachen raus, hier außen. Genau. Hätte ich auch gesagt. Ähm... Den Energie lass' ich drin. Ähm... Doch, meine Taktik. Das sagt da doch, doch, ne? Ja, was? Haben wir direkt einen großen Treibstofftank? Anni, brauchen wir nicht, haben wir ja. Wir müssen... Wir müssen... Was müssen wir machen? Einen Core müssen wir konstruieren, ne? Ja. Da brauchen wir fünf Metallkomponenten. Nimm doch alles mit. Nehm mir einfach das mit, was... Was notwendig ist, um Core zu bauen. Die Elektronik. Nimm doch einfach alles mit, ist doch egal, oder nicht? Ich will nur das einstecken. Was für so ein Core-Not. Oh, ach. Was machst du? Alles gut. Lass mich doch erstmal das übernehmen, wenn wir jetzt die ganzen Dinger wegmachen. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil die können uns doch dann auch nicht helfen, oder? Sieht das falsch. Hm? Äh... Was? Naja, wenn wir die jetzt übernehmen, übernehmen wir die mit? Fragezeichen. Und wenn ja, was... Was bringen sie uns? Ja. Verteidigung. Achso, hier im Innenraum nicht. Das stimmt. So, wo sind wir denn reingekommen? Wir sind über Kopf irgendwie da. So, weißt du Matrix mäßig? Nee, wie ist es? Mission Impossible mäßig? Mission Impossible mäßig, warte. Ähm... Mach ruhig. Jack, bitte. Nicht sterben, solange wir keine Krankenstation haben. Kannst du das versuchen? Das kann ich versuchen, ja, ja. Wie oft sterbe ich ihn und wie oft du, Minja? Es geht doch nicht darum, wie oft jeder stirbt. Das ist doch kein Wettbewerb hier. Mach's drauf. Okay, ist noch drin. Ist da ein Strom ausgemacht beim Raumschiff? Äh, gar nicht erst an. Hier ist Riesenspargel. Bisschen Kürbis. Oh. Bist du fertig bist? Ich bin irgendwie nervös. Weißt du nicht, so... Hast du noch eine Medi-Packs dabei? Ja. Bist du fertig? Bist du eigentlich die Basis aus dem anderen? Nein. Da steht hier nichts mehr auf dem Stein, du. So. T. Y. T. Okay. Ich komme rein. Wenn ich aber... Wenn wir das Licht... Wir müssen das Licht wieder entfernen, ne? Ja, ja, genau. Wo sind wir denn hier rein? Wo hast du denn hier die Deckenplatte entfernt? Vor allem auch Sauerstoff. Hast du Sauerstoff-Dinger dabei? Ich habe eine Flasche dabei. Fühle ich nicht besonders viel. Wo... Ach, hier. Wohl warm. Also ich glaube, wir müssen vorher zurück, du. Ja. Ich baue jetzt noch den Call kurz ein. So. Y. Öh. Pfff. Strom weg. Ich habe nur kurz angemacht. Es hat kurz gezuckt. Ich glaube, die Sicherung ist raus. Äh. Okay. Ja. Die drei Ladungen sind raus. Die sind... Was? Die Gravity ist jetzt auch aus. Ja. Klar. Weil der Strom weg ist. Ähm. Wir müssen Sachen abbauen. Lichter und so ein Kram. Das frisst uns die Haare vom Kopf, die Energie. Was diese Station braucht. Ist jetzt egal. Wir hauen ja ab. Wir haben alles, was wir brauchen. Okay. Wir haben sie übernommen. Wir haben sie übernommen. Zählt. Wir müssen nochmal offline oder... Keine Ahnung. Die kommen schon nochmal her. Wir müssen die Lämpchen abbauen. Uuuh. Oh. Ja gut. Also Station. Hör mal auf. Die haben eh keinen Saft mehr. Äh. Schießen aber trotzdem noch. Die wissen noch nichts von. Bei die Schweine. Bei die Schweine bin ich mir nicht sicher noch. Götti. Bist du am Raumschiff? Ich bin nicht am Raumschiff. Weil ich hier noch ganz wichtig... Genau. Hör mal Kartoffel essen hier. Also Core ist auf jeden Fall eingesetzt. Sie ist unser. Okay. Gut. Dann komm ich raus. Wo war das Loch? Da ist es. Büt. 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 Ja? Kriegst du? Geht ner Sprit aus, ey. Oh ne Scheiße hier. Nacht. Okay. Alter, lass mich das rein. Willst du drin? Ja, kannst. Oh, oh, oh. Oh, oh. Abgesackt. Das war gut. Da ist die Heimat aus dem Nebel. Taucht sie vor uns auf. Oh, da ist noch ein Berg dazwischen, den ich eben nicht gesehen habe. Hey Jungs, ihr könnt da nicht... Wir sind's, wir sind's. Bleib ruhig. Ganz ruhig. Okay. Heimat, du schöne Heimat. Oh, vielleicht... Warte, das war gut. Ein kleiner Parkimpler. Wird jetzt nicht doch zu teuer. Warte. Äh, ich bin unter der Basis. Oh, ich bin aus der Basis. Puh. Ja, wir haben's geschafft, ne? Gut. Dann moderieren sie mal ab, Herr Fleischhammer. Herzlichen Dank für Zuschauen, meine Damen und Herren. Wer in den Kopf findet euch. Vor allem ihr Action im Weltraum. Äh, nicht alle Tage bei uns spielen zu sehen. Aber war schön. Muss auch mal sein. Wir haben hier auch 200 Nazium-Bahnen. Also es geht weiter. Es geht weiter. Ich freu mich drauf. Bis dahin. Tschüss. 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 kk